Hallo! Wir versuchen uns jetzt auch mal mit den Pfotentricks für die Heidi. Und zwar haben wir uns hier so eine Liste vorbereitet und jetzt schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Beide? Beide? Oh, toll! Super! Ja, super! Ja, super! Beide? Beide! Haben wir beide? Sumi! Ja! Schade, schade! Geht mal nach oben! Dankeschön! Super! Mach mal den! Mach mal den! Beide! Ja! Gut! So, dann haben wir noch einmal so rum. Ja, nach der Seite! Ja, super! Dann können wir den Fuß oben halten. Ja! Und wir können natürlich auch so... Nein! Mach ich die! So! Ja! Super, gell? Super! Und da ist der Keks. Da! Dann können wir da so drauf. Gell? Mach mal hoch! Gut! Also drunter! Sumi! Dann ab! Mach mal da drunter! Dann, das kann man jetzt bestimmt nicht sehen. Mal zwischen! Supi! Füß drauf! Ja! Ah! Tut das weh! Tut das weh! Hahaha! Ohne Schuhe! Dann können wir... I! Okay! Wollen wir hin? Sit! Gitter! Zubi! Graf! Du schommelst! Yeah! Gut! Großartig! Oh Gott! So! Dann... Ja, okay! Die Tonne ist jetzt ein bisschen groß! Nein! Halte! Super! Theoriertisch sind wir jetzt auf dem Boden da drinnen! Super! Hä? Zettel! Genau! Nochmal raus! Nochmal raus! Super! Zubi! Ups! Zurück! Zurück! Gut! Und ab! Gut! Done! Genau! Genau! Komm hier rum! Sit! Okay, das hätte man ein bisschen besser vorbereiten können! Okay! Super! Gut! Super! Noch einmal so! Komm! Sit! Zubi! Zubi! Dann... Moment, Moment, Moment! Noch nicht! Mal sitzen! Und zwei Action! Super! Und wählen! Mal wählen! Ja! Mal wählen! Schade! Schade! Mal wählen! Jawoll! So! So! Oh, jetzt bin ich gespannt! Jetzt können wir noch... Tap, tap, tap durch die Wohnung! Das hast du jetzt davon, dass alles an einem Stück sein muss! So! Mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen! So! Stopp! Stopp! Mach zu! Mach zu! Tap, tap! Na, das können wir aber besser! Not mine! Und mach zu! Ja! Jawoll! Gut! So! Äh... Ja! Ich würde mal sagen, das war das erst mal! Das war's! Ja! 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 Ja!